Was geht ab Leute, euer Frapses hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video schauen wir uns den Shop vom 27.07.2022 an. Die Aktualisierung hat gerade schon im Mittwoch stattgefunden. Und ich würde auch schon direkt sagen, fangen wir doch mal direkt an. Gleich kommen wir natürlich zu den Items hier oben. Wie immer schauen wir, ob wir ein neues Paket haben. Heute, so wie es ausschaut, noch nicht. Aber wie gesagt, das ganze Paket ist hier gestern neu erschienen. Kann man sich auf jeden Fall schon zulegen, wenn man da Bock drauf hat. Dann geht es einmal weiter mit dem täglichen Bereich. Hier haben wir auf jeden Fall zwei Skins, vier Emotes. Fahren wir mal kurz mit dem Twister-Mote an. Der ist nach 40 Tagen wieder zurück. Dann haben wir Pump Up The Jam nach 40 Tagen. Nach 36 Tagen einmal den Überlebender Überschlag. Und dann haben wir Setz dich noch nach 47 Tagen. Terra ist nach 58 Tagen zurück. Und nach 36 Tagen einmal die Arctis-Assassinen. Dann geht es einmal hier nach oben. Hier haben wir den Blütenskin. Der Blütenskin ist nach 31 Tagen wieder zurückgekehrt. Das ganze Hajivat-Paket ist tatsächlich wieder zurück nach 39 Tagen. Nimmt man mit. Kann man auf jeden Fall sich drin sehen lassen. Dann geht es einmal weiter und zwar zum kompletten Der Orden-Paket. Das ist nach 30 Tagen wieder zurückgekehrt. Ist jetzt ein Skin für sich, aber ist eigentlich ganz okay. Rücken-Accessoire-Feier-Spitzhacke-Skin kann man machen. Dann geht es einmal weiter nach oben. Und zwar haben wir hier dieses Street Fighter-Paket am Start. Wie ihr sehen könnt. Und ich sage mal so, an sich auf jeden Fall machbar. Ist tatsächlich nach 26 Tagen wieder zurückgekehrt. Kann man sich gönnen. Hier das Rücken-Accessoire. Brutal geil. Haben wir nochmal dieses Rücken-Accessoire. Auch ganz nice. Und die Skins sind natürlich für sich. Wenn man ein Fan ist, ist man ein Fan. Wenn nicht, dann nicht, meine Freunde. Und das soll es dann aber auch schon hier mit dem Video gewesen sein. Eure Meinungen gerne unter die Kommentare. Ich würde mich verabschieden. Wir hören uns dann im nächsten Video, Freunde. Haut rein, geht mit dem Floh, auf Raps und Ciao. Bis zum nächsten Mal.